Ja, hallo und ein wunderbar herzliches Willkommen zurück bei Vampire Diaries. Ach ne, Quatsch. Wie hieß das jetzt noch? Ne, Willkommen in Helllog. Irgendwie so weit hieß es glaube ich. Diese ganzen langen Namen kann ich mir immer so schlecht merken. Ähm, ja, wir sind hier beim tollen Autofriedhof und ähm, ich weiß gar nicht mehr, was wir gemacht haben. Schon wieder so lang her. Der Kran startet nicht, der hat wohl keinen Benzin. Uff, ich bekomme den Deckel mit bloßen Händen nicht auf. What's up? Ja, Erfolg. Da können wir jetzt bestimmt Kaffee reintun. Ich sollte diesen Gegenstand besser nicht benutzen. Ah, wir haben auch gar nicht mehr. Es ist ja alles noch sehr mysteriös. Ich kann nicht weitergehen. Ich muss den Minenwagen erst beiseite räumen. Okay, wir brauchen Benzin. Wie kommt man hier denn jetzt nochmal weiter? Hier. Hier ist das Umspannwerk. Ich sollte den Strom ausgeschaltet lassen, bis ich alle Sicherungen installiert habe. Ach du Scheiße, das kann ja noch dauern. Also die grüne ist im Haus, die blaue im Polizeirevier, die gelbe im Kino und die rote im Feuer oder sowas. Dass wir die da suchen müssen, warum jemand das auch immer macht. Was ist das? Ein Foto von mir auf diesem Stärkbrief? Ist der Mustadis mit Eis? Ja, es passiert nichts. Kaffee. Irgendetwas ist schiefgelaufen. Das kannst du doch da. Nein, eine Kaffeekanne sollte man keineswegs mit einer Kaffeemaschine benutzen. In der Klimaanlage stecken Drähte. Ja, ist das wiederum. Die Zahl der Einwohner der Stadt. Aber warum schreibt jemand sowas auf? Warum schreibt jemand sowas auf, dass es jeder lesen kann? Ah, ich hole uns mal zum Einstieg einen Tipp. Ich habe nämlich gerade keine Ahnung. Aha. 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 Ein Knopf fehlt. Kann man den aufschrauben hier? Aber wir haben doch auch überhaupt kein Benzin, oder irre ich mich da? Jetzt geh weg, Inventar. Noch mehr Kerzen. Ja, Tank. Ja, Tank. Wieso steckt das da im Tank drin? Das kann doch keiner ahnen Jetzt reg ich mich auf 11.99 Da reisen wir gerade mal zum Kino Wer versteckt da drin sowas? Reisen wir gerade mal zum Kino 11.99 Ein Schlüssel Für was denn? Für den Vorführsaal Ist doch nix Das geht einem so auf den Sack Wer saß denn hier? Hat jemand so die Beine ausgestreckt? Oh So der Hulk oder so Oh Noch mehr Kerzen Hund T Oder die Hunnen Oder Hunricht der Achte wurde hier aufgeführt Ja Sonst können wir ja auch nix anklicken Auf der Leinwand ist ein großes Loch Können wir es noch größer machen? Hallo 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 Wir sind jetzt los Jetzt sag ich nicht dass sich das Spiel aufgehängt hat Ach Leute mit äh mit äh So, So, da sind wir wieder. Eine kurze Aufnahme, Unterbrechung, das hat sich irgendwie aufgehangen in das Spiel. Jetzt geht's aber wieder. Und wie gesagt, auf der Leinwand ist ein großes Loch. Sonst gibt es hier fast nichts mehr. Ach nein, das will ich gar nicht. Ich will gar keine Hinweise. 11,99. Ich wollte, das habe ich mir überlegt, reisen. Und zwar hierhin. Zum Büro des Sheriffs. Und der wird gar nicht gesucht. Der wird gejagt. Ja, wenn ich dort hineingreife, schneide ich mich alles. Aber das Stück dahinter konnte er nehmen, wa? Natürlich kannst du das da machen. Natürlich, du kannst du mit dem Schraubendreher hier was wegbröckeln. Du, du feiger Hund. Leute, gibt's. Und wie können wir jetzt Kaffee machen? Ach so, es gibt keinen Strom. Meine Güte. Das geht einem nur ein bisschen auf die Nerven. Hier, das kannst du doch wunder... Das gibt's hier aber nicht. Ich werde nicht im Dunkeln suchen. Nach was denn? Ach, natürlich. Was ist das denn? Ein Kabel. Ach so. Können wir mit einem Kabel Kaffee kochen? Können wir mit einem Kabel... ...Scherben entfernen? Nein, Können wir nicht. Nein, Fenster. Leute. Was wollen wir mit einem Kabel, wenn wir keinen Strom haben? Sorry. Ja. Ja. Weh, weh. Weh. Das geht einem so auf die Nerven Natürlich, ja Mal wieder ein Wimmelbild Trittleiter Das ist keine Trittleiter Das ist eine Leiter Eine Trittleiter ist so ein, zwei Stufen Das Spiel macht mich wahnsinnig Axt Kopf Spitzzange Schöpfkelle, drei Scheren Eine Schere, da ist die Spitzzange Noch eine Schere Und wo ist die dritte Schere Da ist der Axtkopf Benzinkanister, Thermometer, Brechstange Brechstange habe ich doch gesehen Ach, und der Beziehenkanister Aale Was ist denn jetzt wieder eine Aale Hatten wir das nicht letztes Mal auch schon Hakenlenkrad Hakenlenkrad Ist doch auch ein Lenkrad Ja, das Lenkrad ist hoffentlich hier vorne drin Dann ist das eine Aale Ach so, natürlich Ja, das Lenkrad ist natürlich auf dem Dach Hier ist der Haken Ja, das Lenkrad Ja, das Lenkrad Ja, das Lenkrad